Hui, schnellst du rum. Eston Martin. Ich fahre trotzdem 13 Sekunden langsamer durch den Regen als im Polyfying. Ich muss jetzt aufpassen hier bei Magnussen, weil der macht mir ein paar Faxen. Lieber lasse ich mich von ihm aufhalten, als dass ich mir irgendwas kaputt mache. Gleich im Tunnel überholen. Da kommt auch eine Strafe wahrscheinlich, wenn ich hier die ganze Zeit hinter ihm bin. Hier überhole ich eigentlich immer gern. Ich weiß nicht warum. Ich finde das geil. Da kann man dich auch so ein bisschen wegchecken. Das ist richtig geil. Du hast ihn zweimal berührt. Den kenne ich nichts. Der Tunnel ist echt nicht geil. Das fängt ja krass. In der F1 wird das ja mit dem Schaden alles nicht so ganz simuliert. Also der meiste Schaden, der ja eigentlich simuliert wird, ist nur der Frontflügel. Und beim letzten Rennen in Italien, also das war das vorletzte Rennen, das in echt war, da ist Hamilton auf Vettel drauf gefahren. Und danach war das komplette Heck von Vettel komplett kaputt. Okay krass. Ja stimmt, das ist hier nicht, also wenn dann Frontflügel. Also wenn man hinten drauf fährt und so, bei dem Auto passiert nichts, aber in echt natürlich schon. Ja, irgendwie das ist dann nur Frontflügel hier in der F1 2018. Ja. Mehr passiert hier nicht. Aber, ne, sei doch mal froh. Oh, da ist die Bande mit dabei. Ich weiß, aber kein Frontflügel. Das ist gut. Oh, Kimi Rai können auf Platz 6, macht Stress. Schnellste Runde. Der ist eigentlich immer gut gewesen. Deswegen habe ich vor dem auch Angst. Ja, Platz 6. Ja, ich bin zwar Erster, aber wir haben nur Runde 14, ne? Ja, aber wenn, naja, ich weiß nicht, ob man nochmal an die Box muss. Je nachdem, wenn am Ende, dann würde ich kein Regen mehr ist. Aber wenn da jetzt nichts schief geht oder so. Also klar, wenn du einen Unfall baust, dann... Die haben wir das Start ja schon abgesessen, jetzt sagen wir es mal so. Ja. Also, jetzt geht es hier um alles. Ja, und ansonsten nur 5 Sekunden Stop & Go kann ja auch am Ende drauf gerechnet werden. Ja, klar, aber sie haben sie, glaube ich, schon alle weg, ne? Ja. Also, dass es natürlich dann für mich heißt, es geht um alles. Kann ich jetzt nicht sagen, ja, der hat noch 5 Sekunden, ne? Geht nicht. Warum ist hier blaue Flagge, ey? Achso, Hülkenberg bei Magnussen. Sind auch schon recht nahe hier. Ja. Junge. Vettel auch. Hier wird nicht angezeigt, wem ich zugucke, was ist das für ein Scheiß. Vettel macht auch Stress. Hülkenberg. Schnellste Hunde. Ja, aber der ist noch 2,2 Sekunden hinter Hülkenberg. Der muss da erstmal dran vorbei. Und Hülkenberg ist von dir. 4,1... Oh, der hat gerade aufgeholt. Der ist wieder 4,2. 4,1 Sekunden. Ich will einfach nur nicht gegen die Wand fahren. Egal, was... Rorjean hält richtig gut auf. Der hat 6 Sekunden zu Vettel, aber hinter ihm ist direkt Bottas. Wirklich so komplett ganz hinter ihm. Und über Runder sind die auch noch mit dabei. Naja, die halten auch noch ein bisschen auf, das ist ganz gut, ich weiß. Aber ich hab schon... Heimitton ganz abgeschlagen. Echt? Ja. Krass. Der ist 7,5 Sekunden von Platz 6 entfernt. Ich hab halt wie gesagt bloß die Angst, dass ich... Dass ich Dinge ins, ne? In die Wand fahr. Ja, davor sollte man Angst haben. In 10 Minuten gibt's neun Regen. Aber du bist der König von Monaco. In 10 Minuten gibt's neun Regen. Neun? Ja, hab ich ja gesagt. Kommt nochmal ordentlich runter. Stell dir vor, du musst wieder auf Blau wechseln, Alter. Das wär krass. Hatte ich noch nie. Neun schnellste Runde, jawoll. Das ist gut. Du gewinnst Abstand. Ja, so soll's hoffentlich auch weitergehen. Wie gesagt, wenn ich nicht Erster werde, ist ja auch egal. Also mit Erster wär ich natürlich ultra zufrieden. Ich hab ja gesagt, ab Monaco und spätestens nach Monaco geht's richtig ab. Aber... Also es läuft bisher ja ganz gut, ne? Monaco letztes Jahr lief gut, dieses Jahr anscheinend auch. Danach kommt Kanada, irgendwann auch Österreich. Es wird auch ganz entspannt. Boah, aber ich bin so aufgeregt, meine Hände sind am schwitzen. Ist nicht geil. Hach. Softboxen machen das auch nicht angenehm. Das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Aufnehmen und so, freu ich mich auf den Winter. Weil es ist wenigstens kalt draußen. Und auch, ja, dann wenn man Softboxen an hat, ganz schlägt drinnen. Nochmal ne schnellste Runde, jawoll. So soll's sein, schön aufholen. Zeit gewinnen, meine ich. Oh shit, diese Kurve hatte ich schon mal gehabt. Hast du gesehen? Ne, ich hab ja nicht hingehuckt. Es war wieder richtig knapp. Ei, ei, ei. Hande über mein Haupt. Hilfe. Ich hab Angst, Leute, helf mir. Hilfe. Ich hab Angst, Leute, helf mir. Oh, warum dreht's mich da raus? Hilfe. Ich hab Angst, Leute, helf mir. Okay, das ist schwierig. Das ist... Wie soll ich denn nochmal so doppelt so viel Runden jetzt Konzentration durchhalten? Das ist unmöglich. Kann das Rennen nicht jetzt enden? Kannst du das irgendwie so einstellen, dass es aufhört? Ne. Stell dich mal da hin und nimm die kattierte Flagge. Schwing die mal eben so ein bisschen. Ein bisschen, aber nur ein bisschen schwingen. Ja, nur für mich. Ich hab gewonnen, die anderen müssen noch weiter fahren. Um Platz zwei. Ich find das geil. Bottas kommt einmal nicht in Grosjean ran und Grosjean verliert durchgehend weiter Abstand zu Vettel. Das ist gut. Aber hat Hülkenberg hat Magnussen überholt, ne? Und Vettel auch wahrscheinlich. Die haben den Überrund da wahrscheinlich schon mitgenommen. Ja... Zwischen den beiden ist nichts. Die sind direkt hintereinander. Ja, direkt. Okay. Aber schon mal gut, dass dann Platz... Bottas ist vier. Bottas ist fünf. Grosjean ist vier, ne? Ja, stimmt. Genau, ja. Aber das ist dann gut, dass Platz vier Abstand verliert zu Platz drei. Und eben Bottas und Hamilton nicht so weit vorne mit sind. Vielleicht hält Hülkenberg Vettel auch ein bisschen auf. Und man kann ja echt wirklich schlecht überholen. Nicht nur vielleicht. Hält ihn ziemlich auf. Wow. Check ich mal meine Reifen. Benzin. Benzin ist ordentlich dabei. Benzin? Es leckt nicht zu krass. Also ab und zu habe ich Hülkenberg zum Beispiel. Aber es leckt tatsächlich nicht zu krass durch deinen Wahnsinnstipp. Im Qualifying war es hässlich, aber jetzt ist es ganz chillig. So kann man auf jeden Fall fahren. Ich stelle einfach mal auf Fett, weil ich bin ja die ersten Runden bei Starkeling auf dem Mager gefahren. Habe echt Überschuss. Was wollen wir verbraten? Und sonst so? Was machen deine Babykatzen? Ja, du musst das. Was? Die sind cool, ja. Ich weiß nicht. Ich habe gar nicht mitgeklickt. Ich habe nur auf einmal gesagt, du hast Babykatzen. Was war da? Ja, ich habe seit Donnerstagabend, weil die hat eine Freundin vorbeigebracht. Ah, okay. Und ja, jetzt habe ich zwei und... Für wie lange? Erstmal so ein bisschen testen und dann mal gucken, ob ich sie behalte. Echt jetzt? Ja. Oh, wie süß. Fuck, meine Aufnahme ist gerade ausgegangen. Jetzt in dem Moment. Meine Kamera. Leute, ich mache es gleich wieder an. In dem Sektor, wo der Bot auch nicht viel besser ist als ich. Aber du musst das safe nach Hause bringen, weil du hast mich ja rausgekickt. Ja. Ja. Es war... Ich weiß nicht, ich muss mir das nochmal angucken. Also, so wie ich das in Erinnerung habe und so wie ich das da erlebt habe, in dem Moment, war das wirklich so, dass ich einen Ticken schneller war als du, warum auch immer. Vielleicht besser rausbeschleunigt habe oder was auch immer. Und dass ich dadurch eben so nah auf einmal nicht dran war. Und gut, ich habe echt spät gegrammst. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, muss ich mir nochmal angucken, was genau ich da gemacht habe. Aber irgendwie, ja, es war schon scheiße von mir. Ich habe mich gerecht für damals Mexiko. So ist das ich halt noch weitergefahren bin. Und du jetzt leider nicht. Also du bist ja auch noch weitergefahren. Du bist selbst irgendwie rausgeflogen. Aber ich habe keine Runde mehr geschafft. Ja, wenn ich als Erster reinkomme, dann habe ich die ersten Punkte mal richtig geil hier. So, hier tue ich jetzt einfach mal die Ordnung wieder starten. Akku haben wir ja noch. Hier, zack, bumm, gestartet. So, weiter geht's. Wenn ich das als Erster nach Hause fahre, das wäre ja, wow. Da habe ich zum ersten Mal richtig Punkte geholt. Habe mal wieder bewiesen, dass Monaco eigentlich gar nicht so kacke ist. Für mich zumindest. Also ich finde Aserbaidschan schlimmer als Monaco. Ich eigentlich nicht. Aber heute fand ich Monaco auch nicht so schlimm. Also solange Hülkenberg Vettel weiter auffällt, ist das ganz geil. Jetzt macht er schon wieder einen Funk in dem Tunnel. Er sagt, die Strecke wird bald wieder... Das ist so dumm einfach. Ich habe mich ein bisschen abgekürzt, sorry. Das war nicht geplant, Leute. Das ist so dumm einfach. Ich glaube, er hat gesagt, die Strecke wird bald wieder trocken. Ich konnte es nicht genau identifizieren. Aber ich fahre auf jeden Fall grad nicht geil. Ich dachte, es kommt nochmal neuer Regen, jetzt wird es auf einmal trocken. Ja, der Regen kann sich nicht entscheiden. Vielleicht hat er ja gesagt vorhin, dass die Wolken gehen weg, es kommt kein neuer Regen mehr. Er sagt, in zwei Runden Boxen-Stopfenster, danach kriegst du Intermediates. Aber dann fahre ich eben nicht an die Box und warte auf eine Alternativstrategie mit Trockenreifen. Und ja, weil es sieht ja auch trocken aus. Ich dachte halt wirklich nur, es kommt neuer Regen. Naja, trocken aussehen ist was anderes. Es regnet ja noch. Ja, klar, ein bisschen. Aber er hat ja gesagt, bald wird es wieder kommende Trocken. Hier im Tunnel, da kannst du mal ganz kurzzeitig am Anfang vom Tunnel neue Reifen holen und am Ende wieder abmachen. Ja, ja, ein Witzball heute, oder? Naja, also ich werde aber wirklich gucken. Also, keine Ahnung, kannst du mal sagen, wenn jemand auf Trocken wechselt, also noch sind die Intermediates ja super. Und ja, sofern die mir gleich was vorschlagen, und ich schätze, dass sie mir gleich was vorschlagen, weil ich sehe es ja, dass die Strecke doch trocken wird. Also, kann man schon wechseln. Hamilton hat Raikön überholt. What the fuck? Raikön ist das 7 und Hamilton dafür 6. Okay. Und Grosjean hat die alle so krass aufgehalten, dass sie komplett aneinander fahren, also... Oh, was? Startziel. Da ist nicht mehr... Nicht mehr so viel Frontflügel übrig. Der Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Fallgeist. Oder links. Intermediate, natürlich. Hamilton und Raikön an der Box. Was machen die? Ultrasoft. Machen sie? Ja. Okay, sie geben mir grad ne alternativische GG. Der ist aktiviert. Der ist aktiviert. Ja, okay, ja. Das passt perfekt eigentlich. Warte, aber wenn ich jetzt Ultrasoft, muss ich ja nochmal an die Box. Kann ich nicht irgendwas anderes? Ey, Ultras... Also mit Hyper müsstest du an die Box, aber mit Ultrasoft kannst du bestimmt durchfahren. Oder? Glaube ich nicht. Wenn wir die anderen auch Ultrasoft machen, dann müssen sie ja auch entweder... Also alle haben bis jetzt die, die an der Box waren... Ja, aber was gibt's drüber noch? Ja. Rot höchstens glaube ich. Also ich glaub das ist rot. Kann man mit denen... Ey, ne, ich mach Ultrasofts. Aber ich glaub man kann nicht durchfahren. Ich muss da ja nochmal gehen. Okay, dann wechseln wir. Die anderen werden natürlich aufholen, wenn sie jetzt schon... Raikön und Hamilton, wenn sie schon Dingens haben. Ja, die gehen... Ja, die waren so weit weg. Ja. Ja. Holt keiner von denen auf. So, Frontflügel auch noch wechseln. Also das kommt noch. Ja. Aber, hatte ich recht. Also es hat geklappt mit, mit Ultrasoft jetzt. Zu wechseln. Musst es einmal kurz warten. Okay. Vettel ist jetzt nah an dir dran. Hm. Er hat Hülkenburg in der Box geholt. Er hat aufgeholt. Ficken, Alter. Der hat ihn noch ein bisschen aufgehalten. Okay, er sagt Let's the Boxing Club. Keine mehr geplant. Will ich mal schwer hoffen, Kollege. Bottas hat jetzt Grosjean überholt. Okay. Okay, dann sag mir nochmal wo die alle sind. Wo Hamilton, wo Raikön, wo Vettel, wo Grosjean. Hamilton. Oh shit. Das war natürlich kacke jetzt. Mein Auto hat durchgedreht die Reifen. Hamilton ist Platz 4. Okay, dann werde ich wohl an die Box müssen. Ich kann nur abbremsen und Vettel auch an die Box holen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Also, du wirst 8er wahrscheinlich werden. 8er oder 7er. Wenn du jetzt an die Box gehst. Da sind Teile geflogen. Ja, keine Ahnung. Aber das hat dir, wenn überhaupt, nur einen Platz beschert. Ich glaube nicht, dass er fährt. Ja, ist ja egal. Ich kann sowieso nicht viel schneller fahren. Das ist natürlich nicht gut. Da hat mein Auto einfach durchgedreht. Ich habe auf Gas gedrückt nach der Kurve und die Reifen durchgedreht. Meine Mercedes. Ziehen schon einige an mir vorbei. Kacke. Kacke. Ganz schön kacke. Ja, wie erwartet Platz 8. Ich bin auch noch ein Scheiß überwunder hier, Alter. Kriegs kotzen. Okay, mit den Reifen vorsichtiger sein, sonst dreht es mich wieder raus. Drei Sekunden hast du auf Platz 7. Ja. Ja. Guck mal, ob ich bei dem irgendwie sehe, wie kaputt der Frontvögel ist. Hm. Hast ihn anscheinend nicht doll getroffen. Ich sehe jetzt nichts. So ein bisschen von links, glaube ich. Zellavi. Erster Platz. Hm, also. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Platz 1. 20. 21 Sekunden hast du sofort 1. Aber wenn du erstmal Fernando Alonso und Grosjean die beiden vor dir überholt hast, bist du wieder an der Truppe dran. Okay, bei dem Remtempo lagts jetzt wieder, merke ich. Also es liegt anscheinend daran, dass ich vorhin langsamer war. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Vor mir ist Alonso und Grosjean. Hallo? Äh, ja. Aber du hast zu Alonso 5,2 Sekunden Abstand. Ja, das können wir schon. In Pumpen sind wir noch. Das stimmt. Das habe ich von vorne rein gesagt. Na, ich will einfach nicht gegen die Wand. Das ist kacke. Aber jetzt zweimal. Und gegen mich bist du auch gefahren. Ja. Macht nichts. Ja. 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 Kacke. Ja. Okay. Ja. Ja. ok nicht versauen jetzt nicht versauen jetzt ich muss gucken dass ich wieder mich ran halt und ordentlich fahre aber es leckt wieder das ist echt ultra nervig warum ist das so Gogo Mike warum lag das überhol den überrundeten oder überrunde den zurück ne nicht zurück ah ne nicht zurück das stimmt einfach überrunden ja wunderbar ja so wieviel Sekunden habe ich auf alle die erster siebter auf wen habe ich wieviel auf platz sieben hast du 5,5 also verloren und auf platz eins hast du aber nur noch 14,5 also fünf Sekunden ungefähr weniger valonso holt anscheinend auch auf ja die ich weiß nicht warum aber die sind da vorne nicht so schnell salonso einfach krass erstmal das wo sind die aber halt auch die andere so ungefähr ja ja oh ich weiß weswegen die so aufgehalten werden warum ja wir sind gerade statt ziel wen haben die so vor sich ultra langsame gerade keinen mehr ja dann battle hülkenberg hamilton und raikön fahren alle direkt hintereinander und botas ist glaube ich auch noch ja botas auch die fahren zu fünft wir betteln uns alle direkt hintereinander schnellste runde alonso dann ich dann botas dann alonso dann raikön dann ich dann aber es laggt echt bei dieser renngeschwindigkeit lagts das liegt auf jeden fall an den servern beim pc ist schon krass also daran kann es nicht unbedingt liegen vor allem weil ich ja mal einstellungen untergestellt habe und es trotzdem geleckt hat auf jeden fall habe ich auf platz 8 ziemlich viel abstand sehe ich gerade ja irgendwie wirst du mir nicht mehr angezeigt ich werde dir einfach gar nicht mehr angezeigt richtig geil wenn er jetzt wieder das ist hier alles geil ist das alter alonso hustlet richtig rein ja ich auch die sache wir betteln uns die ganze zeit um die schnellste runde neun sekunden seid ihr jetzt schon alter innerhalb von einer runde oder so habt ihr vier sekunden oder so aufgeholt wir betteln uns richtig und holen damit auf das ist voll weil das bei fettel doch was so krass dann doch kaputt der so langsam fahren muss deswegen alle auffällt das ist ganz praktisch das war alles so geplant aber ich habe die mischung nicht runtergestellt weil für die kurven stelle ich die eigentlich mal runter fuck vergessen also nach hinten habe ich halt 20 sekunden das ist halt schon mal ganz gut nach vorne 3,7 jetzt gerade oh gott wer weiß das alles sind das die vor allem sie sind ultra viel egal sind das schon die gesuchten oder sind das überrunde wieder äh alter krass das sind die gesuchten echt jetzt ja ja alter das hört sich gut an die fahren jetzt alle sieben hintereinander quasi ja nur noch neun runden ja die fahren alle zu sieben hintereinander krass zu acht ich komme auch gleich sechs sekunden zu platz eins was hat er mir gerade gesagt das hatte ich gerade zu Alonso die sind ja echt ineinander fast schon ja die fahren alle ein vettel hält ja wahrscheinlich echt auf danke wobei ich muss mich gar nicht bedanken ich war es ja der das verursacht hat hi ich bin auch da jetzt fahren wir mal die runde ohne ERS fertig weil das habe ich vorhin vergessen zu deaktivieren komm ich will nur nach vorne noch ein paar plätze es muss nicht erster sein noch ein paar plätze als acht ist okay aber da die jetzt wirklich so nah sind da ich ja eine lange lange Zeit erster war da könntest du mir das gönnen okay ich spare mir auf jeden fall ein bisschen ERS ein ich bin wieder bei 60% ich gebe das dann wieder im Tunnel rein Kurven habe ich schön genommen super jetzt klebe ich wieder richtig hinten ran in dieser Kurve kann man auch immer schon aufholen die Kurve mag ich so so fett Junge alter so das jetzt nichts nichts okay guck mal guck mal wie wir alle hintereinander sind ich habe so Angst dass ich da gleich in irgendeinen reinkrach da ist irgendwas gerade geflogen aber nicht von mir ich habe gar nichts gemacht ich bin unschuldig dieses Mal das Problem ist wir haben echt wenig Runden und auf Nunaco wie soll man denn da überholen ich nehme die Kurven eigentlich saugut Allegard und begeistert ich ziehe jetzt einfach hier rein in meine Lieblingskurve yeah Doppelüberholmanöver Swaglan das ist einfach meine Lieblingskurve in dem ganzen Spiel Bortas, Räikkön, Hamilton und Vettel vor mir Mercedes und Ferrari und Hülkenberg ist dazwischen Leul ja Hülkenberg ist auf Part 2 auf Part 2 Leul der hat sich auch reingesneakt und ich werde mich jetzt auch gleich reinsneaken wenn es nicht lagern würde wenn es nicht lagern würde ich nehme die wieder in meiner Lieblingskurve da kenne ich nichts Stimmt das sind ja 5 Leute komm 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 lass mich einfach rein dankeschön ja man muss auch mal ein bisschen unfair spielen Bortas 5 Sekunden stop it go Bortas ja ja aber der juckt mich ja jetzt nicht mehr ich bin jetzt 1 weiter oben im Level unerlaubtes überholen eh ach so weil gelbe Flagge war die stehen da da stehen wieder welche da in der Kurve wo ich überhole immer ja ja stimmt jetzt fahren sie gerade erst weiter ähm Leclerc Leclerc ähm also irgendwelche die weit hinten sind so Platz 9 bis 13 oder so stand da gerade ok ich bin dritter Platz 1 ist möglich oder steht immer noch wer ja wir wir kommen da jetzt hin oder was das ist nicht gut ich will da eigentlich jetzt wer da gerade ey erster ist noch möglich hätte ich nicht gedacht komm Hülkenberg wenigstens ups da ist ein kleines Teil geflogen alter jetzt stehen die echt jetzt ja so mach ich schon das hehm jetzt fahren sie wieder weiter ich hab nur ein kleines Teil verloren das ist nicht so geil ey ich check das nicht also ich kann damit auf jeden Fall weiterfahren weil das Rennen ist ja eh fast vorbei sagt er ja auch aber so nur noch fette ey das hätte ich niemals gedacht dadurch dass ich den weg gerammt habe hat es tatsächlich was gebracht der hat echt alle aufgehalten der hat echt alle aufgehalten sag er Hülkenberg war da direkt hinter ihm sag er Hülkenberg war da direkt hinter ihm ja aber der war auch davor hinter dir ja klar ja klar aber der hätte ihn fast überholt nur weil er so langsam ist ging es nicht vorhin hat ja Fettle immer hinter Hülkenberg gedrängt jetzt war es anders da ziehen wir jetzt nicht vorbei das wäre das die Wande gewesen dann wäre ich raus hier zum Ende hin lass mich hey rad an rad duelle ja das ist einfach meine Lieblingsflagge das ist einfach die Lieblingsflagge das ist das erste Mal hä 5 Sekunden Stop & Go Strafe für Bottas aber nicht für mich weil ich hab gar ne Verwarnung bekommen ich dacht schon ok Safety Car die letzten Runden ich würd gern erster bleiben danke toll was ist denn passiert ja die sind da in deiner tollen Kurve kollidiert ich liebe diese Kurve guck mal die sorgt sogar für ein Safety Car nochmal das ist mir ja eigentlich egal Safety Car kann ich nochmal ein paar Runden safe auf Platz 1 fahren ohne dass ich außer die rammen dich weg so wie ich weg gerammt wurde also ja davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus das wäre ganz angenehm da ist er der Safety Car Heini ok ok mager und auf keinen ich bin der Führer hat er grad gesagt kann man auch mal machen hehehehe ja hehehehe Junge das ist voll gut eigentlich außer die rammen mich halt weg aber ich hoffe einfach mal nicht weil dann bin ich jetzt weil dann bin ich jetzt es sind nur noch äh drei Runden sind oh Unfall Bottas noch ne 5 Sekunden Stop & Go Ah was ein Opfer Grosjean 5 Sekunden Stop & Go Schrafe schwere Kollision was für Opferkinder hehehe alter wie viel rammen auf Monaco haben die schon ultra ja allgemein das stimmt allgemein haben sie sich ja die ganze Zeit schon weg aber auf Monaco jetzt hier auch grad wieder ultra ja Junge es gab locker über 10 Strafen ja auf Monaco das war jetzt echt krass ey das sieht das sieht nach Platz 1 aus ich glaub es nicht Mama hehehe ich fahr grad extra so nah auf diesen Mercedes auf dass ich Angst vor dem Vettel hab hehehehe ja hehehe ey ich will nicht dass er mich wegrammt ich hab sowas von Angst hehehe scheiß hehehe er geht er geht er geht wir haben noch 2 Runden Leute boah fuck ich dachte er bleibt noch ein bisschen ja ab wann darf ich denn wieder beschleunigen ach jetzt ok noch 2 Runden haben wir Riken ist an der Box echt jetzt ja ey die können sich die können sich richtig nochmal pranken jetzt wenn die die holen fast keine Punkte dadurch wahrscheinlich also Riken ist grad Platz 10 ja und Hamilton und Bottas Bottas verliert ja in 10 10 Sekunden stimmt alter ok ja ja dadurch das Junge krass ja stimmt dadurch dass Bottas nochmal 10 Sekunden drauf kommt ist der dann auch immer noch 8er oder so die holen voll wenig Punkte ich fahr jetzt ganz ruhig und ganz entspannt den Sieg nach Hause was ein verrücktes Rennen ich hoffe dass ich das schaffe ey Monaco liegt mir dann wenn ich das schaffen sollte ich fahr nur noch Monaco eine komplette Saison nur noch Monaco fahren hört sich spannend an ja wenn die sich so oft wegkrabben passiert echt immer was Neues das stimmt letzte Runde sogar leicht beschädigter Frontflügel so leicht orange ja ja geh nochmal an die Box ja fahren wir über die Boxengasse ins Ziel ne stell dir mal vor du fährst aus Versehen in der letzten Runde an die Box weil du zu weit einlenkst rip ok ok auf Kanada verlange ich von dir dass du auch wieder Punkte holst und dass ich auch wieder so gut fahr wie in diesem Rennen das wäre richtig sexuell anziehend erwarte ich von mir auch schade dass du hier rausgeflogen ist leider auch zum Teil meine Schuld ja ja finde ich auch schade aber Red Bull holt wenigstens Punkte Icon holt keine Punkte der ist Platz 11 gerade ok Mercedes auch ein bisschen weniger als sonst Renault holt erstaunlicherweise gut Punkte Vettel auch Zweiter ganz gut gefahren aber Red Bull Erster und das ist mein erster Rennsieg Leute mein erster Rennsieg in F1-2-18 Junge jetzt fängt die Saison wieder gut an hoffe ich doch mal Aserbaidschan und Monaco sind durch jetzt kannst du nicht starten bisher Australien und so richtig schlecht gefahren aber Glückwunsch das kam unerwartet Danke du bist echt krass da gefahren und so ja ein bisschen unsportlich vielleicht mit Vettel aber das war alles geplant ja Junge was hier passiert ist in dem Rennen also der Wahnsinn wir haben es geschafft das war echt Chaos ohne Pol Pol Polo Schwert haben wir 25 Punkte Alter guck mal wie es jetzt plötzlich regnet hier in der alter Junge auch doppelt auch doppelt was tatsächlich ja auch doppelt ok krass Reikön hat einen Punkt geholt Junge ich bin sogar drei Stops gefahren Vettel Hülkenberg Camelton fast alle sind nur zwei gefahren ich bin drei gefahren ja ja klar aber dass ich erste gewonnen bin ja aber ich bin so impressed der Vettel ist jetzt insgesamt auf Platz 1 ich bin auf Platz 5 geblieben und du bist endlich dann hoffentlich auch auf der ersten Seite neunter bist jetzt insgesamt 27 Punkte das heißt wir sind langsam auch wirklich mal dicht beieinander ich habe jetzt drei Rennen lang keinen einzigen Punkt geholt ich habe jetzt endlich wieder Punkte geholt das ist das zweite Rennen wo ich überhaupt Punkte hole dieses Mal sogar richtig gut 25 Punkte ich bin stolz auf mich und wir sind dritter geworden in der Konstrukteur haben einen Platz aufgeholt denn Force India hat ja uns überholt und wir haben sie echt gut wieder zurück überholt ja sind jetzt nur noch hinter Mercedes und Ferrari die King weil wenn wir beide wieder Punkte holen ich hoffe in nächstes Rennen machen wir den Doppelsieg klar wird geil haut rein bis dahin danke fürs zuschauen und ciao ciao ein